Leute, heute gibt es den Gewinner von drei wunderschönen Sachen, die EA mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Deswegen auch hier gerne nochmal erwähnt, unterstützt vom EA Creator Network. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, solche Verlosungen wird es in Zukunft öfter geben. Wir werden wahrscheinlich öfter mal sowas hier bekommen, sowas in der Art. Vielleicht sogar auch in Zukunft den neuen Battle Pass. Möchte ich gleich nochmal ein paar Worte dazu verlieren. Und zu Recht, wie ich finde, das ist ein Thema, muss auf jeden Fall öfter erwähnt werden, wie ich finde. Und ich finde es geil, wie viele Nachrichten mich erreicht haben. Wie viele größere YouTuber, die ich auch unter anderem in LA kennenlernen durfte, da Stellung nehmen und das absolut negativ völlig zu Recht kritisieren. Auf jeden Fall gibt es jetzt gleich den Gewinner für genau diese Sachen. Der 301 Skin, der Conduit Skin und dieser Legenden unabhängige Banner Frame, den jede Legende ausgerüstet bekommen kann. Wie gesagt, unterstützt vom Creator Network. Rechnen wir damit, dass wir vielleicht ein-, zweimal pro Season dann so ein Gewinnspiel machen können. Das sieht zumindest in weiser Voraussicht danach aus. Deswegen bleibt am Start, bleibt den Kanal treu. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Und ansonsten würde ich einfach schon mal den Gewinner euch präsentieren. Der Gewinner, ein Standzuschauer, den ich öfter mal lese. Und er verliert auch ein paar richtig gute Worte zum Battle Pass Thema, was einfach perfekt passt. Gefällt mir nicht. Ja, passt auch der Name zum Battle Pass. Er schreibt, die Skins sind tatsächlich ziemlich hübsch, deswegen Gewinnspiel. Jedoch sollte man die Battle Pass Änderung nicht aus dem Auge verlieren und sich klar dagegen positionieren. Schreibt er, auf YouTube kannst du den ganzen Kommentar lesen. Und bei dem Stand, den Apex Legends gerade hat, schreibt er oder sie, ich weiß nicht ob Männlein oder Weiblein. Bei dem Stand, den Apex Legends gerade hat, kann man sich das eigentlich nicht erlauben. So grob der Inhalt. Also gefällt mir nicht, du meldest dich per Instagram bei mir, dann kriegst du von mir eine kurze Anordnung. Und sobald ich sehe, dass du du bist, bekommst du diese Skins von mir aus gerne sofort zugeschickt. Der Code ist schon bei mir, wartest du also nicht allzu lange drauf. Und jetzt möchte ich zu dem Thema Battle Pass nochmal ganz kurz Stellung nehmen. Also wie gesagt, falls ich das jetzt in dem Video noch nicht erwähnt haben sollte, ich habe ja viele ganz große Creator kennengelernt in LA, als ich Season 21 dort testen durfte, die Global Series 1 und so weiter. Also so ziemlich alle, die ich gelesen habe, jetzt so auf X und anderen Plattformen, nehmen ganz klar Negativ Stellung zum neuen Battle Pass und schreiben, dass das so nicht sein kann. Der ein oder andere macht sogar so richtig Satire-Videos über diese ganze Geschichte, was völlig zu Recht ist. Es gibt extrem viel negative Kritik, sodass ich denke, auch wie es Gefällt mir nicht schreibt, in der Situation, in der sich Apex Legends gerade befindet, kannst du so eine Änderung einfach nicht bringen. Und deswegen bin ich überzeugt, auch wenn das jetzt nichts heißen mag, aber ich bin überzeugt, dass das in Season 20 so nicht passieren wird. Es geht um das Thema, wer es nicht mitbekommen hat, für den Battle Pass Echtgeld bezahlen zu müssen und in Zukunft eben nicht mehr die erspielten Apex Coins dafür zu verwenden. Du musst immer 10 Euro pro halbe Season bezahlen und das ist eine Änderung, die einfach nicht sein kann. Wie gesagt, lassen wir mal außen vor, der Inhalt soll stark verbessert werden. Du bekommst für dein Geld deutlich mehr, weniger Müll, mehr Materialien und so weiter. Das ist alles geil, keine Frage. Inhaltlich ist das alles geil, aber das Thema Echtgeld, keine Apex Coins, die man sich erspielt, mehr dafür nutzen zu können, wenn man vielleicht einfach mal sagt, pass auf, ich bezahle den jetzt einmal, ich zocke so viel, der Reb finanziert sich und ab und zu stecke ich vielleicht auch einfach mal freiwillig ein paar Euros bei einem geilen Collection Event rein. Das muss doch einfach reichen und in der Situation kann man so eine Änderung nicht bringen. Wo ich mir dann denke, das ist eine Entscheidung, die kann doch nur ein Praktikant gefällt haben. Das funktioniert einfach nicht. So eine Änderung darf es nicht geben. Punkt aus Ende. Deswegen bleibt auf sämtlichen Plattformen, wo dieses Thema kritisiert wird, aktiv, knallt da raus, haut da von mir aus ein Shitstorm des Todes raus. Völlig Hupe. Diese Änderung darf nicht hingenommen werden. Wie gesagt, ich glaube felsenfest daran, dass es so nicht kommen sollte, äh soll, wird. Sollte das in Season 22 dann doch passieren, dann weiß ich nicht. Also klar, ich verlasse das Spiel nicht, keine Frage, aber dann kann man eigentlich nur sagen, kauft euch bitte den Battle Pass nicht. Natürlich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das EA vielleicht allen Partnern erwägt, dass man diesen Battle Pass dann verlosen kann. Das ist ja für die Community schon eine geile Sache. Wahrscheinlich kriegt man den Battle Pass dann vielleicht auch gestellt. Ich weiß es nicht. Aber das darf einfach nicht passieren. Das darf einfach nicht sein. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Leute, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Gewinner. Melde dich per Instagram bei mir und dann bekommst du ganz flott noch deinen Code zugeschickt. Bekommst dann diese wunderschönen Skins. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ruh